So, es ist mal wieder soweit, den ersten Stempel abzuholen und wir haben hier eine wunderbare Pokémonbegegnung mit Kämpfe gegen einen anderen Trainer und da kommt Meryl raus, aha, okay, also es ist doch nicht so die krasse Quest, ich dachte, da kommen krassere Pokémon raus und dann hüpft es auch noch, wenn ich werfe, das heißt, blödes Meryl lässt sich nicht fangen, ich dachte, wenn man so eine schwierige oder so eine Aufgabe hat, dass da bessere Pokémon rauskommen, aber Meryl, Meryl ist komplett uninteressant, aber okay, gefangen, vielleicht bekomme ich einen guten. Als Entschädigung. Das ist das einzige Gute, was mir passieren könnte. Nein, ist schlecht, hat zwar drei Sterne, wird trotzdem verschickt, bye. So, auf dem Weg zum letzten Forschungsurspruch im Februar hole ich jetzt hier heute mal 5 von Sternenstopp ab für den zweiten Stempel, hab das erledigt. So, Zeit den dritten Stempel abzuholen mit der nächsten Pokémonbegegnung. Fange 5 Psycho-Pokémon, dafür kommt Trassler raus, das ist auf jeden Fall lohnenswert und gut, die Quest ist eine neue, soweit ich weiß, wir werfen natürlich die Sanana-Bere und den Pokéball-Treffen sogar großartig. Und ja, es ist der letzte Durchbruch im Februar dann. Genau am Pokémon-Geburtstag wird er abgeholt, also seid gespannt, ob mir Pokémon was zum Geburtstag Gutes schenkt oder nicht, ich muss noch ein bisschen mich gedulden. Für mich ist es erst Sonntag, ihr seht das Video am Donnerstag und leider ist dieses Trassler schlecht und wird verschickt. Jo, verschicken. So, Zeit den fünften Stempel mitzunehmen, da müsste ein Voltoball rauskommen, denn Lande 5 großartige Würfe ist meistens immer Voltoball. Der war bisher noch nie gut bei mir, also von daher hoffen wir doch mal, dass der diesmal gut ist und schnell drin bleibt. Und ja, ich habe noch nichts gehört, was es Neues geben soll für den März. Aber ja, ich vermute mal, das Pokémon, was jetzt im Forschungsdurchbruch drin ist, wird verschwinden. Das heißt, diese Woche werde ich das letzte Mal es fangen und ja, hier ist auch ein schlechtes Voltoball, also wird Voltoball verschickt. Bye. So, dann wollen wir mal unseren sechsten Stempel abholen. Hier kommt auch wieder eine coole Pokémon-Ogegnung. Ich hoffe natürlich, da kommt, ja, wie es zu erwarten war, Elektek raus. Zanana-Beere. Superball und dann hoffen wir, dass er drin bleibt. Ich brauche zwar keinen mehr, habe schon ein Elektek und ein Elevoltec. 100% IV, von daher, alles gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir trotzdem mit. Weil, ja, wer weiß, wie ich die noch ein bisschen weiter pushen. Die sind schon zwar hochgepusht, immer durch die Quest pushe ein Pokémon fünfmal. Und ja, ist zwar okay, mit drei Sternen wird aber trotzdem verschickt. Bye. So, Zeit, den letzten Stempel zu holen. Denn wir haben hier die nächste Pokémon-Ergegnung. Und das heißt, der siebte Stempel wird abgeholt. Es ist wirklich ein Pokémon gewesen und es gibt ein Pummeluf. Okay, kein Nebulismer, sondern ein Pummeluf. Und ja, systemische Pummeluf. Bei Pummeluf werfe ich immer gefühlt im ersten Versuch daneben. Warum auch immer. Jetzt aber gut. Wenigstens gut getroffen. Und ja, es ist der letzte Durchbruch für mich im Februar. Der Februar geht zwar noch zwei Tage. Aber wir schauen mal, was dann im März für ein Pokémon kommt. Und ihr werdet es in meinem nächsten Video sehen. Ich gucke mir noch schnell die Bewertung von Pummeluf an. Ist grottenschlecht, also wird es verschickt. Bye. Dann gucken wir mal, ob ich wenigstens gute Belohnungen bekomme. 2000 Sternenstaub, ein Einhalstein. Das war's. Naja. Und dann Begegnung beginnen. Flickneul. Und dann, keine Ahnung, ich hatte noch keinen wirklich guten. Ich hatte zwei, die ich wickeln wollte, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich zu faul war, mit dem einen Kilometer zu laufen. Hey, der Ball war da eigentlich drin. Deswegen habe ich ihn noch nicht entwickelt. Aber vielleicht irgendwann wird der mal für den Pokédex-Eintrag entwickelt. Der war auch nicht gut geworfen. Heute bist du aber sehr aggressiv. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich, im März kommt wieder was Gutes in den Durchbruch angekündigt. Bisher ist noch nichts, soweit ich weiß. Das heißt, wir werden es dann sehen. Wie gesagt, der Februar geht noch zwei Tage. Und die Bewertung hier ist auch nicht gut. Also, bye. Weg mit dir. Bunce인이 nicht mit ihr passiert. Und ich habe dir noch ein paar. 可愛 Nongemkop. aux prevages haben. Das war choice. Wir haben eine Art4fiction-Oj Bücher-Uncom�. Die Ademodelle entit game zu können. Ich habe einen Auf Arabia. Und das war dabei. Und da le keeper dafür. Da frosting wird alles.